In diesem Moment, in dem ich mich jetzt gerade befinde, sollte ich wahrscheinlich sagen, einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. So macht man das meistens im Fernsehen. Man kann normalerweise abends ganz normal sagen, guten Abend und auch guten Tag am Tag und morgens guten Morgen. Davon gibt es Abwandlungen. Man kann nämlich sagen, einen schönen guten Morgen oder einen wunderschönen guten Morgen. Und dann macht man weiter. Wie geht es dir? Was machst du heute? Ja, und nachts sagt man gute Nacht. Ja, und nachts.